Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen ein kleines Gaskocher bzw. noch ein Beitrag zum Gaskocher, aber diesmal nicht zum Kocher, sondern zur Kartusche, zum Gas per se. Also nochmal theoretische Hintergründe für diejenigen, die sich mit der Thematik Gaskocher jetzt noch überhaupt nicht auseinandergesetzt haben bzw. das gerne nochmal von mir aufgedröselt hören möchten. Ja, diese beiden Optionen gibt es, weshalb es sinnvoll sein könnte, dieses Video anzugucken. Grundsätzlich fange ich mal am Anfang an. Was ist denn hier eigentlich drin? Mit was kochen wir denn, wenn wir auf Gas kochen? Ja, mit Alkanen. Und was ist ein Alkan? Das ist der einfachste Kohlenwasserstoff. Besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Yay, wie der Name schon sagt. Und zwar sind die angeordnet in einer Kette. Je nachdem, wie viele Kohlenstoffe da aneinander hängen, gibt es Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan. Dann kommt, äh, ich glaube, kommt dann Pentan. Dann kommt, ähm, 6 weiß ich gerade nicht auf Griechisch. Aber irgendwann kommt dann Ottan, Oktan. Aha, 8. Äh, 7 wusste ich auch gerade nicht. Und Nonan ist das 9, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich musste das mal irgendwann auswendig lernen. Aber, äh, das kriege ich nicht mehr zusammen. Schlicht und ergreifend. Kann man aber relativ einfach durchlesen. Und immer noch, wenn ein Zehchen dazukommt an die Kette, wird es halt ein Dingens, einen schönen, lustigen griechischen Begriff mit An hintendran fortgesetzt. So, äh, total simple, im Grunde chemische Verbindung ist eine organische chemische Verbindung. Also die Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt, ist nicht etwa die anorganische, sondern die organische Chemie. Wobei, zugegebenweise sind Alkane fast schon so ein Zwischending. Das könnte beide chemische, äh, Fachgebiete entsprechend betreffen, ne? Weil, ähm, naja gut, aber gebildet worden ist das Zeug organisch. Weil was wir hier halt eben verheizen, ist genau das gleiche wie bei Benzin oder bei Öl oder bei sonstigem Zeug. Letztendlich, ähm, über die Jahrmillionen Jahre, äh, verfestigte. Und in diesem Fall nur flüssig gewordene, beziehungsweise eigentlich gasförmig im Erdinneren gelagerte, ähm, organische Substanz, ne? Also verwestes Lebewesen, sage ich jetzt mal allgemein. Also Tier und Pflanze, das kann man nie so genau trennen. Aber, ja, das ist quasi kurz der Hintergrund zu eben diesen fossilen Kohlenwasserstoffen. Ist also ein fossiler Energieträger per se also, äh, tendenziell eigentlich eher böse, ne? Hm, sehr sogar. Davon abgesehen ist es einfach endlich. Wenn es alle ist, ist es alle. Ähm, so. So, Alkane, wie gesagt, so eine Kohlenwasserstoffkette. Und da wird jetzt im Kocherbereich verwendet. Steht hier drauf. Moment, kann man, da kann man es lesen. Ich muss kurz darstellen. Da. Äh, Butan, Propan. Also Butan ist die Viererkette, ähm, die vier Kohlenwasserstofflein. Äh, vier Kohlenstoffer mit jeweils Wasserstoff drumherum. Propan ist die Dreierkette. Und dann wird im Kocherbereich noch Isobutan, das ist jetzt hier drin. Moment, zeige ich euch auch. Da kann man es hoffentlich lesen. Ähm, verwendet. So, und diese drei Alkane sind alles Alkane. Spielen hier halt jetzt eben entsprechend eine Rolle. Was ist jetzt Isobutan? Warum steht da Iso davor? Ist das irgendwie toller als die anderen? Ja, aber deswegen heißt es nicht Iso, um zu demonstrieren, dass es toller ist als die anderen. Beziehungsweise toll kommt drauf an, was man damit machen möchte. Äh, kann auch durchaus ganz untoll sein. Äh, das ist eine Viererkette, wie das Butan. Nur ist sie verzweigt. Sie hat eine einfache, äh, entsprechende Verzweigung. Äh, nämlich, es ist eine Dreiererkette. Und in der Mitte, am, am mittleren von den dreien, hängt noch ein anderes Außen dran. Wir haben also quasi, äh, den, den T-förmigen Tetris-Block. Wer mit Isobutanics anfangen kann, der denke bitte an einen T-förmigen Tetris-Block. Aus Tetris, ne? Düm, düdlüm, düdlüm. Entschuldigung. Gut, das ist so die Grundlage von dem Zeug, was da drin sein kann. Jetzt ist es so, bei den schönen, äh, entsprechenden Alkanen, je kürzer das Ding, desto niedriger der Siedepunkt. Soll heißen Methan. Das kann schon gefroren vorliegen, aber da muss es schon wirklich verdammt kalt drumherum sein, beziehungsweise es generell einfach sonst von Eis umschlossen sein als Gas, damit das halt eben dann im Boden bleibt. Wenn es zum Beispiel im Boden drin ist, ist der Fall bei Permafrostböden in der Arxis. Gibt es das überall, da steckt überall schön Methan im Boden. Und das bleibt da deswegen drin nicht, weil es da so, so kalt ist, dass Methan nicht verdampfen würde, sondern weil halt so viel anderes gefrorenes Zeug, vorzugsweise Wasser, äh, sich eben drumherum befindet, dass es halt nicht nach oben strömen kann. Diese Eisschicht im Boden sorgt einfach dafür, dass es nicht nach außen kommt, das Methan. Wenn der Boden aber weit genug auftaut, dann ist das Eis halt weg. Das schützt und in dem Moment dampft das Methan dann auch aus. Und das geht dann auch relativ fix, potenziell, wenn da halt eben so eine Methanblase, ähm, das Eis drumherum weggetaut ist. Aber im Grunde hat Methan irgendeinen Siedepunkt, der liegt wirklich weit, weit, weit unter Null. Da müsste schon aller, 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 aller tiefster Winter sein, dass das Zeug quasi flüssig vorliegt. Und ich glaube, selbst das reicht nicht unbedingt aus, ne? Weil nicht auswendig, aber kann ich mir nicht vorstellen. Gut, dann haben wir Propan. Propan, äh, eigentlich haben wir noch Ethan. Ethan wäre zwei Kohlenstoffdinger, das wird aber nicht verwendet. Genauso wenig wie Methan in solchen, in solchen Kochern hier, äh, Kartuschen entsprechend verwendet wird. Eben, weil Ethan hat immer noch einen unglaublich niedrigen Siedepunkt. Und das Problem ist jetzt folgendes. Mit diesen Gasen, die einen furchtbar niedrigen Siedepunkt haben, also im Bereich minus, sag ich jetzt einfach mal irgendeine Zahl, minus 100, ne? Minus 100 Grad Celsius. Äh, äh, die kriegst du nur in riesengroßen, saufesten Druckbehältern unter den notwendigen Druck verpackt, dass sie aufgrund des Drucks auch bei Zimmertemperatur immer noch in ihrer, in der flüssigen Form bleiben, ne? So, dass man sie also quasi in solche Kartuschen einfüllen könnte. Warum muss man denn überhaupt das Zeug in flüssiger Form in die Kartuschen füllen? Naja, ganz einfach, wenn es gasförmig wäre, wären die Kartuschen so groß. Dann müsste man einen Gastank für wirklich Gas in gasförmiger Form mitnehmen. Und das wäre einfach vom Packmaß jenseits von Gut und Böse. Als Flüssigkeit wiederum, ähm, kriegt man sie halt 220 Gramm, ähm, Masse. Gramm in diesem Fall nicht Gewicht, sondern Masse. Äh, ist immer Masse eigentlich, aber wird oft zum Monum mit Gewicht verwendet. Und kriegt man dann schon relativ viel in so ein Kartuschlein eben entsprechend rein. Voraussetzung ist halt, dass da ein Mordsdruck draufsteht, damit das halt eben flüssig bleibt. Deswegen haben diese Kartuschen auch diesen lustigen eingewöhlten Boden, weil der Zeug nach innen Druck, wenn er nach innen eingewählt ist. Deswegen sind die generell aus einem sehr, sehr festen Material. Ja, und das ist quasi die Limitierung. Deswegen kann man nicht jedes beliebige Alkan in solche Kartuschen abfüllen. Ähm, und die ganz langkettigen Alkane wiederum, also so irgendein Oktan oder sowas, äh, das achtkettige, die sind dann wiederum vom, äh, die liegen flüssig vor, automatisch bei Raumtemperatur, weil deren Siedepunkt, ähm, ist dann irgendwann bei, weiß ich nicht, 40 Grad, 50 Grad, einfach um irgendeine Zahl zu nennen. Ich weiß das nicht auswendig. Äh, das heißt, da müsste man quasi erst seinen Kocher, also seine Kartusche heiß machen, äh, äh, damit man überhaupt, äh, äh, sein entsprechendes, ähm, ähm, erdfossiler Brennstoffgebräu zum Vergasen bringt. Woher kennen wir das? Richtig, von Benzin. Bei Benzin musst du Druck aufbauen im Inneren der Flasche, damit das Benzin überhaupt durch den Schlauch in den Benzinkocher fließt. Und da muss der Benzinkocher vorher vorgeheizt sein, äh, mit eben flüssigem Benzin, was man angezündet hat, damit das Benzin, was dann weiterhin in den Benzinkocher strömt, äh, bei, in der Vorheiz, äh, Vorheizvergaser, nennen wir es Vergaser, was der dann halt eben eingebaut hat, der Benziner, damit es da dann halt überhaupt erst gasförmig wird und dann auch, ähm, besser verbrennt. Gasförmig verbrennt es halt einfach toller und nur dann gibt es diese blaue Flamme, diese schöne zischende, lärmproduzierende, enorm effiziente blaue Flamme, ne? Also, das ist halt eben bei längeren kettigen Kohlenwasserstoffen und die ganz, ganz kurzen, die liegen halt immer gasförmig vor und wenn sie ganz, 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 ganz kurz sind, kriegt man sie nicht in Kartuschen, weil sie, weil der Druck einfach zu hoch ist. So, das heißt, wir haben erst ab 3C-Atomen, also sprich ab Propan, die Möglichkeit, den entsprechenden Druck in Form einer Gaskartusche aufzubringen, um die überhaupt verpacken zu können. Aber Propan ist immer noch zu heftig. Wir können aber mischen. Die Alkane untereinander sind mischbar. Wir können also das klassische Butan, die 4er-Kette, die geht relativ einfach in Kartuschen zu verpacken. Da können wir noch einen gewissen Anteil Propan dazu mischen. Jetzt im Fall von diesen Camping-Guts-Kartuschen ist auch ein bisschen Propan drin. Ich habe es nicht herausfinden können, wie viel genau, aber gerüchteweise soll der Propan-Anteil bei irgendwas um die 10% liegen. Das ist deswegen ganz interessant und macht die Kartusche deutlich hochwertiger, wenn zumindest ein bisschen Propan drin ist, weil, Siedepunkt nochmal, Butan, also der für unsere Zwecke, wenn wir im Winter mit Gas kochen wollen, schlechteste Bestandteil des Gasgemischs in Gaskartuschen, der hat einen Siegelpunkt von roundabout minus 1. Soll heißen, ist es kälter als minus 1 und man macht die Gaskartusche auf, damit das Gas hinausströmt und wir es entzünden können, passiert nichts, weil das bleibt dann flüssig. Das heißt, da bildet sich dann überhaupt kein Druck, dass das Zeug nach außen strömt, wenn reines Butan drin ist. Jetzt ist aber selbst in den Camping-Gaskartuschen nicht nur reines Butan drin, sondern auch wenigstens ein bisschen Propan. Wenn das Propan dann da rausdampft, dann nimmt es sozusagen im Zuge seiner eigenen Rausdampfung noch ein bisschen Butan mit. Das wird dann quasi mit rausgetrieben. Als Treibstoff dient sozusagen das Propan für das Butan. Das geht eine ganze Weile gut, aber spätestens wenn der Propan-Anteil, und der hier drin, wie gesagt, gerüchteweise 10% beträgt, rausverdampft ist, kannst du die komplette Kartusche so lange irgendwo hinstellen, bis der Frühling kommt, sozusagen. Und wenn der Frühling kommt, oder du bist in einer Hütte oder irgendwie sowas, oder es ist halt doch mal nicht so kalt im Winter, dann kann man auch den Butan-Anteil problemlos verheizen. Überhaupt keine Schwierigkeit. Und spätestens, also wenn man jetzt zum Beispiel, zum Beispiel eine Mischung hat, die größtenteils auf Propan basiert und nur einen geringen Butan-Anteil hat, man arbeitet aber grundsätzlich bei Temperaturen deutlich unter minus 1 Grad, dann funktioniert der Propan-Anteil in der Kartusche gegebenenfalls so lange und nimmt noch ein bisschen Butan mit, wie halt Propan eben da ist, also auch bei besseren Mischungen mit einem höheren Propan-Anteil, hast du im Endeffekt immer das Problem, dass dir im Winter der Rest Butan am Ende in der Kartusche bleibt und den kriegst du nicht raus. Es sei denn, Trick, drei mögliche Tricks habe ich gehört, die man da anwenden kann, ausprobiert habe ich spaßeshalber, ich habe nämlich mal eben sämtliche Kartuschen in der Gefriertruhe gehabt und mal ein bisschen rumexperimentiert, dann mit den sehr kalten Kartuschen, und habe ausprobiert das sogenannte Fußbad. Wir haben ja in jedem Fall hier noch Propan drin. Jetzt müssen wir wissen, Propan hat einen Siedepunkt von minus 27. Propan funktioniert also quasi immer, sofern wir zu einigermaßen vernünftigen Temperaturen noch draußen unterwegs sind. Wer eine Antarktis-Durchquerung machen möchte, der hat andere Sorgen. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Das heißt, der Propan-Anteil funktioniert in jedem Fall. Soll heißen, wir nehmen jetzt angenommen eine frische Kartusche, muss ja nicht so eine große sein, und jetzt ist Winter und wir gehen raus und wir wollen eh nur eine Nacht draußen bleiben. Dann haben wir mit dem 10%, 15%, 20% Propan-Anteil, der hier drin ist, auf jeden Fall genügend Prober erstmal, um uns ein bisschen Wasser ein bisschen heiß zu machen, in zum Beispiel irgendeiner Schüssel. Jetzt nehmen wir die Schüssel, stellen die Schüssel auf den Boden und stellen unsere Gaskartusche rein. Das heißt, unsere Gastemperatur, bei der unsere Flüssigkeitstemperatur steigt, dann definitiv, auch wenn es minus 8 Grad von mir aus draußen hat, innerhalb der Kartusche, da wir hier sehen, heißes Wasser stellen, relativ schnell auf irgendwas über 0, ja, auch über 0 Grad vermutlich, eben sehr schnell drüber. Und in dem Moment, wo die Temperatur dann erreicht ist, vergast auch wieder der Butan-Anteil und wir können fröhlich kochen. Das funktioniert aber nur so lange, solange zumindest zum Aufheizen ein bisschen Propan noch in der Kartusche drin ist. So, Alternativ, was ich allerdings für gefährlich halte und deswegen nicht ausprobiert habe und auch nie ausprobieren werde, ist Teelicht drunter stellen. Da bräuchte man halt irgendeinen Ständer, im Zweifelsfall drei Steine oder auch vier Steine, wer ganz fancy sein möchte, und stellt da ein Teelicht drunter und dann Heiz kann man damit die Kartusche auch aufheizen und verhindern, dass die halt eben die Kartuschentemperatur zu sehr abfällt. Und dann gibt es noch die Option, Kartusche grundsätzlich mit in den Schlafsack nehmen und mit Kartusche kuscheln, sicherlich hilfreich. Das Dumme ist halt nur, bei Verwendung von der Kartusche und je nachdem, wie lang man halt dann eben kochen möchte, ist die irgendwann dann trotzdem abgekühlt. Denn, wenn das Gas hier ausströmt, die Flüssigkeit verdampft, dann kostet das quasi Energie und diese Energie wird in Form von Temperatur der Umgebung der Kartusche selbst entzogen. Das heißt, bei Verwendung vereist die Kartusche und wird etwa drei bis vier Grad kälter. Weshalb man sagen kann, ein reines Butangas funktioniert nur bis drei Grad langfristig, weil einem die Kartusche auf minus ein Grad irgendwann runterfriert. Die kann sich sogar Eis an der Kartusche dann eben entsprechend bilden oder so eine Art Raureif. So, das haben wir schon gelernt. Die Lösung besteht also darin, grundsätzlich eine Kartusche mit reinem Propan verwenden. Das funktioniert aber wohl scheinbar nicht. Jedenfalls habe ich noch nie gesehen, dass es irgendwo reine Propankartuschen für den Outdoor-Bereich gibt, weil Propan schon als reines Gas zu heftig ist vom Druck her und man eine sehr, sehr dicke Kartusche bräuchte, die sich dann nicht mehr lohnt mitzuschleppen. Da wäre die Verpackung fürs Gas also quasi so schwer, dass sich Gas mitschleppen überhaupt nicht mehr lohnen würde. Alternative. Tada! Oder sagen wir erstmal, wie man es nicht machen kann. Wie man es nicht machen sollte, ist meiner Meinung nach, und vielen herzlichen Dank, weil die habe ich geschenkt bekommen, und das ist eine tolle Gelegenheit, eben sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Deswegen hilft mir dieses Geschenk außerordentlich. Auch wenn ich jetzt nicht behaupten kann, kauft euch Coalman Extreme 2.0 Gas. Kann ich nicht behaupten. Kann ich eher sagen, lasst die Finger davon, weil die hier eben dieses sehr zweifelhafte, folgende Werbeversprechen drauf haben. Ich habe das in einem anderen Video schon mal gesehen, erwähnt, aber ich möchte das hier gerne als Standalone-Video machen, deswegen erzähle ich es nochmal. Bis minus 27. Und da stimmt dahingehend ja irgendwo, dass minus 27 halt eben der Siedepunkt von Propan ist. Das könnten im Grunde die hier auch draufschreiben, bis minus 27, weil es gibt noch ein Kleingedrucktes, und in dem Kleingedruckten steht, äh, das ist Französisch, das kann ich nicht lesen, theoretisch kalkuliert, ich übersetze gleich, also von Englisch, basiert auf einer vollen Kartusche. Ja, also auf gut Deutsch davon noch der volle Propan-Anteil drin ist. Dann geht's bis minus 27. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Propan da drin ist. Ähm, bestimmt, also das möchte ich jetzt schon unterstellen, es steht nämlich nirgendwo drauf, wie viel da genau, wobei man hier so ein Zettelchen, so ein Aufkleberchen abziehen kann, um mehr Informationen zu kriegen. Aha, da steht nochmal das gleiche in anderen Sprachen, toll. Äh, äh, ne, ja, also unter dem Etikett ist nochmal ein anderes Etikett, aber, da steht auch nicht die genaue Zusammensetzung, oder? Nein. Nein, tut es nicht. Und das werden sie einem wahrscheinlich auch nicht großartig verraten wollen. Ne, so, äh, Also genau das gleiche Problem, wie quasi hier, sobald der Propananteil, äh, verbraucht ist, kannst du den Rest der Kartusche warten, bis Frühling wird. Hm. Man darf also sehr bezweifeln, ob dieses Zeug sein Geld wert ist. Allerdings muss man jetzt auch wieder sagen, keine Ahnung, wie hoch der Propananteil da drin ist. Propan hat ja einen höheren Heizwert, als Putan, soll heißen, wenn hier ein höherer Propananteil drin ist, als im Camping Guts, dann, äh, haben wir im Endeffekt mehr, heißes Wasser, wenn man es in heißes Wasser übertragen möchte, Programm in dieser Kartusche, als heißes Wasser Programm in dieser Kartusche. Also so gesehen, schon irgendwo gerechtfertigt, dass das Zeug hier, äh, wie heißt's, Extreme, Putan, Propan, Blending, Coleman, ja, Extreme 2.0 heißt. Also, Extreme, ja, man kann man sich hier streiten, wann Extreme anfängt. Es ist definitiv leistungsfähiger als Camping Guts, das ist es. Und es ist auch mehr Propan drin. Man hat also länger die Möglichkeit, auch bei sehr niedrigen Temperaturen damit zu kochen. Aber ich denke, man wird trotzdem mindestens die halbe Kartusche quasi im Endeffekt wegschmeißen können, äh, wenn man sie nicht bis zum Frühling mit sich herumtragen möchte, oder an einen warmen Ort kommt. Ich bring den Witz mit dem Frühling noch ein paar Mal, es tut mir leid. Gut, was ist die Alternative, mal abgesehen von den genannten Methoden, um die Kartusche einfach warm zu halten? Ähm, gibt es noch eine technische Lösung, die besteht darin, dass man einen Gaskocher nimmt, bei dem man nicht irgendwas obendrauf schraubt und zum Verdamp... äh, zum Austritt des Gases darauf angewiesen ist, dass das Gas aufgrund der höheren Umgebungstemperatur von alleine verdampft, sondern man nimmt, äh, quasi einen Kocher, wo die Kartusche neben dem Kocher steht, also das ist jetzt natürlich ein Spirituskocher, ne, ähm, und man die Kartusche umdrehen kann, weil in dem Moment, wo man die umdrehen kann, verhält sich quasi Flüssiggas genau wie Benzin, ist flüssig, heißt, es fließt durch einen Schlauch in den Vergaser, den dann dafür geeignete Gaskocher eben auch wieder entsprechend haben und wird da drin erheizt und wird dann gasförmig und dann funktioniert es trotzdem. Und man kriegt im Übrigen auch die komplette Kartusche leer, auch den Butan-Anteil, weil der ja auch durch den Schlauch eben entsprechend fließt. Naja, zumindest kriegt man sie fast leer, weil man, anders als bei einer Benzinflasche, hier keine Pumpe dran hat. Man hat also keine Möglichkeit, äh, mit Druck auch das letzte bisschen Brennstoff noch aus der Kartusche rauszupumpen. Das heißt, es wird immer noch ein kleiner Rest drinbleiben, der Rest ist allerdings erheblich geringer als bei einem, äh, obendrauf Schraubkocher, ne? So. Das wäre also die technische Gaskocher für den Winterlösung. Das gleiche Prinzip verwenden ja auch Omni-Fuel-Kocher, naja, Omni-Fuel ist schon wieder Markenname, Mehrstoffkocher, ähm, die Gas, Benzin, Petroleum, Kerosin, Diesel, äh, und Walöl verheizen können, ne? Also das, das ist immer möglich, ne? Definitiv. Klar. Aber, wenn man jetzt sagt, man möchte aber gerne einen Draufsetzt-Gaskocher verwenden, weil die potenziell so schön leicht sein können, ich hole den nicht her, den anderen, aber der liegt nämlich da drüben, der ist mindestens 5 Meter weit entfernt. Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Die Lösung bei trotzdem Aufsetzt-Köcherching verwenden, eben weil so schön leicht, besteht darin, dass man eben diese Kartusche verwendet. Und meines Wissens ist das die einzige auf dem Markt, äh, die auch bei super niedrigen Temperaturen noch zweifelsfrei funktionieren müsste, rein von der Physik her, weil, wenn die uns jetzt nicht anlügen mit dem, was hier draufsteht, also ganz dreist anlügen, die hier lügen uns ja auch irgendwo an, aber die haben wenigstens im Kleingedruckten dazu geschrieben, dass das nur für die volle Kartusche gilt und damit ist es streng genommen richtig. Äh, es wäre eine sehr dreiste Lüge zu behaupten, dass hier nur ein Propan-Isobutan-Mix drin ist, wenn da nicht doch wirklich nur ein Propan-Isobutan-Mix drin ist. Außerdem, hab mich mal schlau gemacht, die haben hier drin in der Kartusche, die ist nicht hohl, sondern da drin ist noch ein, ein, ein Gewebsel, sag ich jetzt mal, ähm, das einfach dafür sorgt, dass das Zeug bei der Tatsache, dass es eigentlich enormen Druck bedarf, um da drin flüssig zu bleiben, äh, auch mit weniger Druck auskommt. Also dieses Gewebsel funktioniert so, sozusagen, so ein bisschen wie ein Katalysator in der Chemie, dass er halt einfach die, ähm, Ausdehnungsfreudigkeit, beziehungsweise Verdampfungsfreudigkeit vom hier drin erhaltenen, enthaltenen Gas, eben dahingehend reduziert, dass der Druck einigermaßen klein bleiben kann und deswegen eine Kartusche funktioniert. Der Haken bei diesem Zeug ist, die Kartusche ist trotzdem noch sau schwer, verglichen mit sowas oder sowas. Weil gerade die wenig Propan-Butan-Kartuschen, auch die reinen Butan-Kartuschen, die gibt's nämlich auch, die kommen mit einer vergleichsweise geringen Wandstärke aus. Dieses Teil hier, das ist eine 230 Gramm Gas drin, Kartusche, und die Kartusche selber, die wiegt bei meiner nicht sehr genauen Waage, die ich zwangsläufig jetzt dafür nehmen musste, etwa 180 bis 200 Gramm. Irgendwo da dazwischen. Die meisten für normale Gasmischungen verwendeten 230 Gramm Kartuschen, wiegen leer, etwa 130 Gramm. 120, 130, vielleicht auch mal irgendwie aus 140. Dieses Ding ist halt nochmal 50 Gramm schwerer. Wen das jetzt nicht stört, herzlichen Glückwunsch, du hast dein Gas für den Winter gefunden, weil Propan, minus 27 Grad Verdampfungstemperatur, Isobutan minus 100, keine Ahnung, oder minus 76, oder was weiß ich, aber jedenfalls jenseits von Gut und Böse. Also der Isobutan-Anteil, du wirst selbst in der Antarktis keine Temperaturen finden, dass dir nicht der Isobutan-Anteil hier rausdampft. Also rein physikalisch gesehen. Und das verwendete Zeug, was hier drin ist, soll ja zusätzlich auch nochmal dazu dienen, dass man die Kartusche dann auch wirklich irgendwie leer bekommt. Was kein Problem sein sollte, weil wenn nur Propan und Isobutan drin sind. Deswegen, das ist die Lösung im Grunde. Ist vergleichsweise teuer. Was habe ich gezahlt? 8 Euro für dieses Kartuschelein. Verglichen mit Spiritus ist das abartig von den Kosten. Verglichen mit Benzin ist es immer noch, naja gut, was kostet ein Liter Benzin? Muss ich auch nicht sagen. Wisst ihr selber, jetzt ein Liter Rhein-Benzin, da kann man schon 4 Euro für ausgeben. Man kann teilweise auch 5 Euro für ausgeben, wenn man hier so ganz Tolles haben möchte, aber dann ist auch irgendwann Schluss. Und da reden wir von einem Liter. Ein Liter hat etwa 750 Gramm. Das hier sind 230. Und das kostet 8 Euro. Also rein finanziell kann sich jeder selber ausrechnen, ob er das dann eben auf Dauer so bezahlen möchte. Und andererseits, wenn man das jetzt hier wirklich nur für die Wintertouren verwendet, für die es gedacht ist, da würde ich jetzt sagen, Scheiß drauf. Also von meinem persönlichen Empfinden her. Gut, das ist also die kleine Gaskartuschenkunde. Ich denke, damit haben wir jetzt wirklich das Thema Gaskartusche erschöpfend geklärt. Worauf ich jetzt gar nicht eingegangen bin, weil das wisst ihr von woanders, das wird woanders toll erklärt, ist, dass es Schraubkartuschen gibt, Stechkartuschen, Ventilkartuschen und so weiter. Es gibt aber für fast alles noch irgendwie in irgendeiner Form Adapter. Also da müsst ihr euch selber schlau machen. Mir ging es jetzt eher mehr um die Physik. Allein schon deswegen, weil ich kein großer Physiker bin und jetzt mal endlich eine physikalische Sache erklärt habe. Und deswegen fühle ich mich jetzt ganz toll und würde sagen, gehe jetzt ins Bett oder sowas. Aber erstens ist es noch zu früh und zweitens will ich noch ein anderes Video drehen. Aber dafür hocke ich mich woanders hin, damit das keiner merkt. Haha, macht's gut. Haha, ha ha ha.